ja hallo freunde herzlich willkommen bei saufen und suchen wir suchen hier gegenstände die leute beim saufen verloren haben und ich würde jetzt einfach mal sagen los geht es ein kollege schnappt sich jetzt mal den detektor und erhoffen wir mal auf gute signale das ist absoluter schrott das bringt gar nichts ich bleibe mal hinter dir nicht auf eine mine dreht oder so da schlägt er aus 86 93 oh das ist ein sehr gutes signal kann nur 33 handgranate da ist ein 0 33er von deutschland der zünder ist oben da kann eigentlich viel passieren kann ein schnitt viel passieren das war schon ziemlich alter ganze zeug aber wir freien den boden quasi davon könnte ja manchmal was passieren noch über die jahre wenn die kinder hier spielen in dem wald ich meine das ist ja großer wald da kann man ja schön spielen als kind und mal angenommen die laufen hier drüber stolpern oder sowas finden sowas dann dann sind sie entweder ja verhetzt oder zerfetzt das kann man einen schnitt zulassen ja wie gehen wir jetzt hier ran wie entschärft man denn sowas anhebt ist ja immer ein bisschen ich meine das liegt schon ziemlich lang da meinst du nicht das kann noch hochgehen mit den jahren normal nicht das ist ein abreißzünder komm mal raus okay eine sind scharf das heißt du hast du hast den zünder jetzt entfernt richtig okay wie geht weiter kann man das jetzt einfach in wald schütten oder nee am ende säuft das noch ein reh oder so das gefördert okay dann einwandfrei einwandfrei